Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin bei 57.100 US-Dollar, wir haben jegliche Widerstände nach oben hin jetzt erst einmal durchbrochen. Ihr seht es hier, gar kein Widerstand, wenn wir hier über uns die Nächsten fangen, erst hier oben in dem Preisbereich an. Das werden wir uns jetzt gleich auch nochmal ein bisschen genauer angucken, was das für Widerstände sind, ob wir die möglicherweise erreichen können oder ob es jetzt wirklich mal zu einer Korrektur kommt. Ist momentan wirklich schwer, wir haben, oder gestern die frischen Zahlen kamen raus bei den ETFs 9000, und Bitcoin wurde durch die ETFs gekauft, 900 produzieren die Miner am Tag. Das heißt, ihr seht hier schon, die Nachfrage ist deutlich höher als momentan das Angebot, was natürlich auch dazu führt, dass die Preise steigen. Und das Volumen hier ist auch derzeit wirklich sehr, sehr stark. Also es sind alles viele Faktoren, die da momentan mitspielen. Wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt alles mal ein bisschen genauer an, ob wir hier überhaupt nochmal irgendwie einen Short machen oder eben nicht. Wir blicken natürlich auch auf Ethereum, wir blicken auf die Forex-Märkte und auch mal ganz kurz auf Gold und auf die Stock-Märkte. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir jetzt starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch noch traden wollt oder auch noch eine Börse sucht, dann meldet euch gerne bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort kriegt ihr momentan, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, auch noch einen Trading-Bonus von 50 USDT. Außerdem könnt ihr dort alles, also wirklich alles traden, was euch in den Sinn kommt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 57.100, 57.200 US-Dollar. Und wenn wir uns jetzt mal so den gestrigen Tag so ein bisschen Revue passieren lassen oder den Start der Woche besser gesagt, sehen wir, dass wir hier einen extrem kranken Anstieg hatten. Natürlich mit den ETFs, aber wenn wir uns das mal prozentual angucken, sehen wir, okay, wir hatten hier jetzt einen 13% Pump innerhalb der letzten Tage. Wir hatten hier unsere Widerstände bei 53.000 bis 54.000 US-Dollar. Die hat der Markt einfach komplett nach oben hin durchgespielt und jeglichen Widerstand auch natürlich nach oben hin durchgebrochen. Jetzt konsolidieren wir derzeit ein bisschen. Wir haben natürlich auch hier auf dem 4-Stunden-Timefilm und natürlich auch auf dem 1-Stunden-Timefilm derzeit so eine kleine Divergenz. Ich würde es momentan nicht shorten. Ich habe ja auch die letzten Tage immer wieder gesagt, ja, da und da könnten wir short gehen. So, dann sind wir aber hier komplett impulsiv nach oben durchgebrochen, vor allem mit so einem sehr, sehr kranken auch Volumen, was wir hier unten hatten, weshalb ich mich dagegen entschieden habe. Für mich momentan sind diese ganzen Zwischenkorrekturen nur mögliche Steps, um dann möglicherweise wieder eine Long-Position aufzumachen. Und da habe ich jetzt schon mal so einen kleinen Preisbereich für mich jetzt potenziell zumindest vorgelegt, wo man nochmal eine neue Long-Position aufmachen könnte. Wir haben, ich weiß nicht, wer von euch einen Bullrun mitgemacht hat, den letzten Bullrun mitgemacht hat, waren immer nach starken Pumps, ging es meistens zurück ins 0,618 bis 0,650. Das heißt, das Golden Pocket waren immer wieder so Preisbereiche, die der Markt sich geholt hat. Das ging ziemlich, ziemlich schnell. Und wir müssen uns jetzt auch darauf einstellen, dass so 10% Korrekturen, und da sprechen wir jetzt schon fast von einer 10% Korrektur, wenn wir mal von unserem Top bis runter zum Golden Pocket wären 7%, das kann wirklich schnell gehen. Innerhalb von Minuten, Stunden, dass wir mal so einen kleinen Flash-Crash kriegen. Natürlich auch, um die ganzen Long-Positionen zu liquidieren, die Fundings ein bisschen runterzukriegen, ist das völlig normal. Aber danach sollte sich die Reise nach oben hin fortsetzen. Auch wenn, meiner Meinung nach, der Markt komplett überhitzt ist, egal was alle anderen, meiner Meinung nach ist der Markt immer noch komplett überhitzt. Wir haben immer noch nicht das Schlimmste überstanden. Bin ich immer noch der Meinung, warum? Wenn wir mal in den Daily-Time-Film reingucken, haben wir jetzt eigentlich noch zwei massive Widerstände vor uns. Am ersten, da sind wir momentan, das ist das 0786er Fibonacci Retracement Level. Theoretisch sollte von hier aus nur noch ein Rücksetzer ins Golden Pocket kommen, das heißt hier in 50k-Regionen, glaube ich aber nicht. Für mich ist immer noch so dieser Preisbereich zwischen 43.000 und 38.000 US-Dollar das Worst Case derzeit. Der nächste Widerstand ist dann hier oben, das ist diese andere grüne Box, das ist dieser Preisbereich hier zwischen 64.000 und 68.000. Und das ist unser Weekly Supply, das heißt unser Weekly Widerstand, den es jetzt auch noch zu überwinden gibt. Und danach sind wir schon beim All-Time-High. Also wir sind nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt. Es kann aber auch jederzeit, wie gesagt, zu einer Korrektur kommen. Shorten würde ich das Ganze momentan nicht. Ihr seht es hier auch auf dem 4-Stunden-Time-Frame oder besser gesagt auf dem Daily-Time-Frame hier. Die Divergenz, die wir erst hatten, ist schon wieder komplett hinfällig auf dem Daily. Wenn wir das aber ein bisschen weiter, also das heißt hier zurückgehen, auf den 25. Oktober, dann ist diese Divergenz noch in Gange. Aber die staut sich und staut sich und staut sich. Das heißt nicht, dass es kommen muss. Es kann jederzeit zu einer Korrektur kommen. Darauf zu wetten würde ich momentan einfach nicht. Deswegen heißt es, Korrekturen sind derzeit einfach zum Longen da. Was anderes würde ich einfach momentan nicht mehr machen. Ich würde es weder shorten, nichts machen. Ich würde einfach nach Long-Einstiegen suchen. Und da bietet sich eben jetzt hier kurzfristig, sollten wir da hinkommen, der Bereich hier um 53.500 bis 53.300 US-Dollar an. Würde auch nochmal die ehemalige Range hier nochmal als Retest darstellen. Und dann aber Stop-Loss-mäßig muss man hier dann auch im Endeffekt jetzt auch schon ein bisschen aufpassen. Entweder man versucht hier zwei Orders reinzusetzen oder man setzt den Stop-Loss gleich hier drunter. Dann sind es aber auch 3%. Das sind jetzt die Faktoren, mit denen wir uns natürlich auch ein bisschen rubschlagen müssen. Größere Korrekturen, die jederzeit kommen können, von jetzt auf gleich. Größere Stop-Loss, vor allem bei Long-Positionen, auf die wir aufpassen müssen. Das kommt jetzt alles auf uns zu. Und wenn wir uns jetzt mal die Funding-Rates angucken, sehen wir auch, okay, die steigen und steigen und steigen. Wir sind mittlerweile schon wieder so im Bereich der 0,04. Es ist für einen Bullrun immer noch wenig. Das muss man auch dazu sagen. Wir hatten im letzten Bullrun 0,3 bis 0,4%. Da muss man sich dann Gedanken machen. Ich sage mal hier, das hält sich alles noch in Grenzen. Wir sind es nun nicht mehr gewohnt, solche Funding-Rates zu sehen. Den letzten hatten wir damals bei der ETF-Zulassung. Danach kam ein kleiner Flash-Crash. Und genau das kann ich mir früher oder später hier auch vorstellen. Auch weil das Open Interest immer, immer weiter steigt. Wir sind beim Open Interest mittlerweile schon auf einem All-Time-High. Also da haben wir das All-Time-High schon mittlerweile geknackt. Natürlich fehlen da auch noch die ganzen ETFs und sowas. Also es ist, wir sind momentan in einer komischen Zeit. Wir sind in einer bullischen Zeit. Trotzdem wäre ich weiterhin immer noch ein bisschen gewappnet für eine mögliche größere Korrektur. Es ist normal, 30, 40% Korrekturen. Vielleicht zieht sich das jetzt noch bis zum Halving, aber 30 bis 40% Korrekturen sind absolut normal in einem Bullrun. Auch kurzfristige Flash-Crash gehören einfach dazu. Also ruhig bleiben, Longs mitnehmen, shorten würde ich einfach momentan die Finger von lassen. Und ansonsten genießt es und nehmt ab und zu immer mal ein bisschen Profite. Ethereum läuft weiterhin in unsere wichtige Zone. Hier bei 3.330 bis ungefähr 3.460 US-Dollar. Dort liegt ja unser übergeordnetes Golden Pocket. Das war ja so unser Ziel von dieser Woche, dass wenn Bitcoin weiterhin natürlich pumpt oder auch ein bisschen konsolidiert, dass die Alzen vor allem auch Ethereum hier jetzt dann erst einmal nach oben hin anziehen. Also hier sind wir weiterhin auf dem Weg nach oben hin. Da oben erwarte ich dann aber auch früher oder später auf jeden Fall eine Korrektur. Das ist dann auch so unser letzter Widerstand. Ansonsten können wir auch hier dann langsam Richtung All-Time-High schienen. Es ist einfach krank, wenn man über jetzt schon wieder All-Time-High redet. Aber gut, es ist so. Volumentechnisch auch absolut top. Also auch da kann man nicht sagen, der Anstieg sieht gesund aus. Natürlich heftiger Anstieg, aber gesunder Anstieg, weil er auch Volumen mitgetrieben ist. Aber hier oben würde ich jetzt dann langsam mal an eurer Stelle, wer hier irgendwelche Long-Positionen auf hat, Profite nehmen. Vielleicht auch mal ein bisschen Spot was verkaufen, weil dieser Widerstand hier auch mit dem R3, den wir jetzt hier momentan schon mal angedippt haben, das sind Widerstände, die sind nicht ohne mit dem Golden Pocket und dienen auch öfters mal dazu, um hier noch einen Rücksetzer zu sehen. Momentan bleibt der Fahrplan auf jeden Fall erst einmal. Golden Pocket hier oben, das übergeordnete. Und dann eine größere Korrektur. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Gold hat Next and Take Profit erreicht. Ich habe ja gesagt, dann verdoppeln wir die Short-Position. Ist jetzt auch passiert. Also auch hier tut sich aber, muss man ehrlicherweise sagen, also Bitcoin macht Bewegung, Ethereum macht Bewegung. Der restliche Markt ist immer noch sehr, sehr ruhig. Auch Stock-Märkte, Forex-Märkte sehr, sehr ruhig momentan. Gold, wie gesagt, Position verdoppelt. Da warte ich weiterhin noch auf einen größeren Crash. Oder was heißt Crash? Zumindest mal einen kleinen Dump hier runter in die 2.000-Dollar-Region. Dann hatten wir am Anfang der Woche noch Euro-Chart. Da hat sich leider unsere Short-Position das erste Mal verabschiedet. Ich warte dann darauf, dass wir hier unten dann in dem Preisbereich, wo wir auch vorgestern schon darüber gesprochen haben, bei 1,077 Euro, dass wir dann hier unten unsere Long-Position möglicherweise dann füllen können. Vielleicht kommt noch die Überraschung, dass wir doch noch hier oben die Short-Position abholen können. Das heißt im Bereich der 1,088 Euro. Aber da müssen wir schauen. Vorher werde ich hier nichts in diesem Bereich machen. Dafür sind mir einerseits das Volumen zu hoch, andererseits RSI etc. pp. Die ganzen Indikatoren gefallen mir momentan nicht, dass ich jetzt hier sagen würde, okay, ich renne jetzt hier noch einem Short hinterher, würde ich derzeit nicht eingehen. Ansonsten, wie gesagt, die Stock-Märkte sehr, sehr ruhig komischerweise. Also scheinen jetzt auch erstmal ein bisschen hier ihr Top zumindest vorläufig gefunden zu haben. Trotzdem auch hier würde ich momentan nicht reinschorten. Also ich versuche jetzt wirklich hier Strategie ein bisschen zu ändern und einfach jeden Golden-Pocket-Hit einfach zu long. Und ansonsten müssen wir weiter schauen. Matic hatte ich gestern noch so einen kleinen Long im Blick, aber auch hier, das ist immer das, was bei den Altcoins manchmal ein bisschen nervig ist. Golden-Pocket leider minimal hier nicht abgeholt. Also schade drum. Vielleicht kommt es heute noch im Laufe des Tages. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch allen schönen, erfolgreichen Tag. Gestern ist die neue Podcast-Folge auch auf YouTube erschienen. Also schaut euch die gerne an oder hört euch die gerne an, wie ihr Bock habt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann, denke ich, morgen wieder. Und wenn es irgendwas gibt, wie gesagt, Telegram-Gruppe, jederzeit erreichbar. Könnt ihr auch jederzeit eure Fragen reinstellen, wenn ihr eine Börse sucht. BingX. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Und wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick. Ciao, ciao.